Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Das neueste Tesla-Update Version 2023 Kunk 4.4.100 Das neueste Tesla-Update Version 2023 Kunk 4.4.100 enthält eine Reihe signifikanter Verbesserungen und Neuerungen. Zu den Verbesserungen gehört eine verbesserte Sichtbarkeit der Warnungen zur Fahreraufmerksamkeit durch vergrößerte Texte und eine prominente Platzierung auf dem Touchscreen. Die Aktivierung der Autopilot-Funktion wurde vereinfacht und kann nun mit einer einzigen Bewegung des Hebels erfolgen. Die Anforderungen an die Aufmerksamkeit des Fahrers wurden verschärft, insbesondere beim Annähern an Ampeln und Stoppschilder außerhalb der Autobahnen. Bei Missbrauch wird die Nutzung des Autosteer für eine Woche gesperrt. Die Autosteer-Funktion bei Tesla ist Teil des sogenannten Autopilot-Systems, das in Tesla-Fahrzeugen verfügbar ist. Autosteer ermöglicht es dem Fahrzeug, innerhalb einer Fahrspur zu bleiben und automatisch Lenkmanöver durchzuführen, um den vorgegebenen Fahrweg zu halten. Diese Funktion nutzt eine Kombination aus Kameras, Sensoren und Software-Algorithmen, um die Straße und andere Fahrzeuge zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Es ist wichtig zu betonen, dass Autosteer keine vollständige autonomes Fahren ermöglicht, sondern vielmehr eine Fahrerassistenzfunktion darstellt. Der Fahrer muss jederzeit die Hände am Lenkrad behalten und die Fahrumgebung im Auge behalten, um bei Bedarf eingreifen zu können. Missbrauch der Autosteer-Funktion Tesla betont stets, dass der Fahrer die volle Verantwortung für das Fahrzeug trägt und jederzeit die Kontrolle übernehmen muss. Tesla verbessert kontinuierlich die Autopilot-Funktionen durch Software-Updates, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Autosteer ist ein bedeutender Schritt in Richtung autonomes Fahren, aber es ist wichtig, die Grenzen dieser Technologie zu verstehen und angemessen zu nutzen. Der Begriff Missbrauch im Kontext der Autosteer-Funktion bei Tesla bezieht sich auf Situationen, in denen Fahrer die Funktion in einer Weise nutzen, die den Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen von Tesla widerspricht. Dies könnte verschiedene Verhaltensweisen umfassen. Beispielsweise das Ignorieren von Warnhinweisen oder Alarmen, die den Fahrer auffordern, die Hände am Lenkrad zu behalten oder die Kontrolle zu übernehmen. Auch das absichtliche Ausnutzen von Schwachstellen in der Software oder Hardware, um das System zu umgehen oder zu täuschen, wird als Missbrauch betrachtet. Ein weiteres Beispiel wäre das Nutzen der Autosteer-Funktion in Situationen, für die sie nicht vorgesehen ist. Wie zum Beispiel auf Straßen mit unzureichender Markierung oder in starkem Verkehr, der eine manuelle Steuerung erfordert. Darüber hinaus umfasst Missbrauch auch das Durchführen gefährlicher oder riskanter Manöver, während die Autosteer-Funktion aktiviert ist, wie zum Beispiel das Fehlen einer angemessenen Überwachung der Fahrumgebung oder das Einleiten von gefährlichen Spurwechseln. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, hat Tesla klare Nutzungsrichtlinien für die Autopilot-Funktionen festgelegt. Deaktivierung bei Missbrauch und kommende Updates Wenn ein Fahrer gegen diese Richtlinien verstößt oder die Autosteer-Funktion in einer Weise missbraucht, die die Sicherheit gefährdet, behält sich Tesla das Recht vor, die Funktion vorübergehend zu deaktivieren. Diese Deaktivierung kann je nach Schwere des Verstoßes für eine Woche oder länger dauern. Die genauen Bedingungen und Richtlinien können sich im Laufe der Zeit ändern und sind möglicherweise in den Nutzungsbedingungen von Tesla näher definiert. Weitere Updates umfassen Verbesserungen an der FSD-Beta-Version, eine bessere Innenraumkamera, alternative Routen während der Fahrt, anpassbare Verriegelungssounds, eine verbesserte Parkassistenz und vieles mehr. Ein weiteres großes Update, Version 2023.12, steht ebenfalls bevor. Dieses Update bringt signifikante Änderungen an der Benutzeroberfläche und neue Funktionen wie Textgrößenanpassungen, eine Suchfunktion für das Einstellungs- und Kontrollmenü, Verbesserungen an den Points of Interest im Navigationssystem und Individualisierungsoptionen für die Scrollräder am Lenkrad. Für die Model S und Model X werden zusätzliche Funktionen eingeführt, wie eine optionale Klangkulisse beim Wechseln der Fahrstufen und Zugriff auf die Sitzsteuerung über den hinteren Touchscreen. Das Update beinhaltet auch eine digitale Anleitung. Lernen Sie Ihren Tesla kennen und Upgrades für die Zoom-Videoanruf-App. Wann genau das Update verfügbar sein wird, ist nicht eindeutig angegeben. Allerdings tendiert Tesla dazu, Software-Updates zunächst an eine kleine Gruppe von Mitarbeitern oder Beta-Testern zu verteilen, bevor sie breiter veröffentlicht werden. Es könnte also sein, dass das Update in naher Zukunft erscheint, aber ein genaues Datum lässt sich ohne offizielle Ankündigung von Tesla nicht festlegen. Es ist immer ratsam, auf offizielle Ankündigungen von Tesla oder Updates in Ihrem Fahrzeug zu achten, um die neuesten Informationen zu erhalten. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.